Nathan, was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Ich seh dich. Und hoch und rüber. Und hoch und rüber. Okay, still und leise. Und hoch und rüber. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugehen. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit Ihnen. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Okay. Verdammt! Wow, meine Akte! Oh, meine Akte! Ich muss zu dem Fenster! Na los! Bewegung, Schwester! Oh, meine Akte! Schwester Kathrin! Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater! Komm schon! Sam! Vater! Bitte! Ich habe die Schlüssel. Ich habe die Schlüssel. Sam! Oh! Du musst lernen, auf dich aufzupassen! Okay! Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder! Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts! Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten! Er hat schlecht über uns geredet! Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind und Mom ist in der Hölle weil... Nathan! Nathan! Komm! Die sagen das nur, um dich zu verletzen! Okay! Du musst lernen, darüber zu lachen! Wie du? Mach was ich sage, nicht was ich tue! Hier! Du bist noch krank! Okay! Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei! Ja, ich hab was für dich! Das kann nicht bis Weihnachten warten! Was? Ist es draus? Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme! Aha! Guter Sprung! Komm! Hier! Gib mir die Hand! Alter Schwede, bist du leicht! Will die Schwester gehen nun zur Pfotter? Ziemlich leer hier! Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen! Hier erinnere ich mich! Hier geht es Pater Duff! Er ist der einzige nette Kerl hier! Sag ihm doch mal Hallo! Nee, keine Lust auf Schuldgefühle! Abends! was? Hier lang! Ah! Wir sind gleich dran! Das war leicht! Das war leicht! Verdammt! Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Ähm, Crystal? Ähm, mal, ja, mal, nein. Aktuell eher, nein. Okay. Ohne Mummen, kein Ruhm. Na los, Nathan. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Hab dich! Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Ziemlich cool, war's. Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Hey, da kommt ein Sprung. Okay. 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 Da ist die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ist das eine Sünde? Ist das eine Sünde? Ich will ja. Das weg, mein Freund. Bereit, Tarzan? Ja. Okay, weiter. Das weg, mein Freund. Okay, die Tauben hoch. Los. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Ja, mehr oder weniger. Warte hier und schau mir zu. Oh, du bist dran. Okay. Du schaffst das. Du schaffst das, Nate. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Oh, Mist. Komm. Komm. Geschafft. Ja. Natürlich. Hier. Folge mir. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. So geht das, Nate. Okay. Dann mal los. Woo! Okay. Okay. Nach dir. Jetzt runter. Genau so. Und draußen. Okay. Okay. Sieh mal. Wow. Eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Ihr kauft von meinem schwerverdienten Geld. Ja, komm. Spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. Warst denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren reisenst... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja. Weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Mams Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenn den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen. Du meinst still? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh, ja. Oh, ja. este gringo sabe pelear, eh? Demuéstralo, den gringo! Quien manda? Vuelve! ¿Qué tal esto? ¡Dáñenmelo! ¡Lucha como un hombre! ¡No puedes hacerlo! ¡Toma esto, pendejo! ¡Vuelve ahí! ¡Dale una paliza, amigo! ¡Sí, Gustavo! ¡No puedes conmigo! ¡Tú lo empezaste, pero yo voy a acabarlo! ¡Esto es por meterte con nosotros! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Dale una paliza! ¡Mist! ¡Te voy a matar con mi mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Haz mi luz! ¡Ya basta! ¡Gracias! ¡Ya basta, idiotas! ¡Fuélteme! ¡Ey, das war kein Kampf! ¿Eh? ¿Oder, Kleiner? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Hey, ruf mi ganme, du! ¡Gros genug hierver bist! ¡Te voy a sacar a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cájalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Gracias! 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 Untertitelung des ZDF, 2020